Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Infamous 2nd Sun. So, am letzten Part haben wir ja den neuen Stadtteil erreicht, der da hinten jetzt ist. Und auf einmal hat sich ja das Hochhaus verändert, warum auch immer. Und ja, aber erstmal werde ich mal, bevor ich da im nächsten Stadtteil weitermache, erstmal den nördlichen Teil hier komplett befreien. Und ich fange auf meine Regeln mit an, indem ich hier erstmal die erste Scherbe nicht treffe, weil ich scheiße am Ziel bin. Und ich treff's! Ich! Ja, ich hab's zielen. Schwer gemacht. So, äh, komm schon. Da, fuck! Okay, ich hab's erwischt. Puh! Okay. Natürlich kommen da direkt irgendwelche Typen, die mich erledigen wollen. Ich mein, wir haben ja nix Besseres zu tun. Irgendwie. Offenbar. Wo ist er hin? Und, what? Was war... Äh, okay. Das war nicht geplant, aber... Okay. Ich weiß, das ist komisch. Manchmal lauf ich so und dann... Auf einmal flieg ich so hoch. Lauf ich nicht. Naja. Auch egal. Äh, okay. Jetzt aber ganz schnell. Ich will... Das alles in einen Part packen. Denn ich will ja dieses... In diesem Bereich kurz befreien. Und diesen Bereich. Und hier noch kurz das einsammeln. Und, wie gesagt, alles in einen Part. Und dann im nächsten Part schnell wie möglich damit anfangen. Denn ich will jetzt keine zwei Parts hier... Für diesen Rest, der hier übrig ist... Äh, hier übrig ist... Verbrauchen. Das geht schneller. Äh, so. Am besten Kämpfe vermeiden. Ehe nicht nötig. So, Scherbe. Wo ist sie? Ähm, b-b-b-b-b-bam. Perfekt. Hier unten. Okay. Ich muss irgendwie da... Scheiße. Scheiße. Komm schauen. Ach. Natürlich. So ganz Stück für Stück runterfallen. Dann noch einmal komplett runterfallen. Da. Scherbe. Da unten. Ich will eine Datei finden. Äh, Gegner. Keine da. Okay, ich vermute mal wieder ganz oben drauf. So. Okay. Vielleicht da hinten. Jupp. Ich sehe es sogar schon blinken. Okay. Während der jetzt gleich labert, sammle ich kurz noch die zwei Dinger ein und dann direkt da hin. Also alles. Ruckzuck hier. Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Ist ein blöd. Äh. Mancher vergesse ich echt, dass ich auf Experte spiele. Laufgebrach rein und fress zu viel Damage. Da muss ich wieder raus und warten und... Au. Perfekt zwischen den beiden verschossen. Ich kann nicht ziehen. Dafür bin ich zu blöd. So warte. Geh mir auf in die Scherbe. Habe ich kein Bock mit denen zu kämpfen. Die sind echt so in der Zeitverschwendung, die Typen. Ich warte direkt da lang. Ja, okay. Zack, zack. Oh, ich glaube, ich ignoriere jetzt einfach die DUP. Die verschwenden echt wertvolle Zeit. Ich meine, okay, die bringen mir ein bisschen böses Karma. Aber ich glaube, da kriege ich eh schon später noch genug von. Ey, komm zu. Fuck. Okay. Erwischt. Hoppa. Und zur nächsten Scherbe. Ich glaube, ich könnte jetzt... Kann ich eigentlich schon einen Viertelfinalkampf? Ich glaube ja schon. Deswegen mache ich jetzt einfach mal jetzt... Oh, ich darf ihn genau jetzt... Timing. Okay. Dann mache ich ihn jetzt eben und dann... Weil sonst muss ich wieder... Im Grunde mache ich es ja immer. Also erstmal alles fertig machen im Viertel und dann den Finalkampf. Aber ich mache es jetzt ein bisschen anders, damit ich ein bisschen Zeit spare. Denn sonst sammle ich die Scherben ein, muss ich ja zurücklaufen und... War es gerade schon auf dem Weg, deswegen. Was ist das? Oh mein Gott, es ist ein Bio-Terrorist! Er ist so schreckend und... ...stundlich süßig! Ich kann mich nicht kontrollieren! Sondern es ist auf dem Weg. Das ist so gut. Das ist pures Gold. Okay, wen haben wir denn da? Ach Gott. Ach. Geil. Aim. Ich treffe... Nix. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Okay, den habe ich zerbröselt. Okay, scheiße. Ich hätte meine Superkraft eigentlich jetzt gerne. Aber ich habe sie nicht. Natürlich. Und der letzte Honk da. Oh, endlich. Okay, das ist jetzt ein paar Minuten, habe ich gedauert. Yep, yep, yep. Viertel befreit. Geh schnell weiter. Okay, ich merke mir für das nächste Mal. Viertel-Schnalkämpfer, da brauche ich meine Superkraft. Also diesen Supermove brauche ich unbedingt, weil sonst dauert das viel zu lange. Okay, da unten müssen wir wieder einen Cheapen finden. Das dürfte relativ schnell gehen. Okay. Ich darf ihn nicht erschrecken, sonst läuft er wieder weg. Wo ist der, wo ist er denn? Oh mein Gott, ich habe den Trott ländlich gefunden. Der war so schwer zu finden. Das Schwierigste von allen. Und der war so einfach versteckt. Eigentlich praktisch in der Mitte von dem Feld. Oh mein Gott. Kamera, wo stehe ich denn? Wo stehe ich überhaupt? Warte mal. Ähm. Geh nochmal hingucken. Ich sehe mich ja nicht mehr. Wo stehe ich denn? Äh. Gottverdammt. Okay, warte. Da ist das Metall. Ich glaube, hier. Ja, da ist es. Okay. Dann direkt zu dem Schablon-Hatter. Äh. Ich glaube, es ist auf dem Dach. Ja, ist glaube ich auf dem Dach. Und hier ist es. Okay, mal schauen, was es diesmal ist. Ein Knall- Oh, verdammt. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Knaller- Irgendwas. Geschmack. Kein Plan. Mal schauen. Okay, erstmal rot. Ah, knallharter Geschmack vielleicht. Hm. Irgendwas für Knallgeschmack. Kein Plan. Okay, schwarz. Irgendwas für eine Pistole oder so. Ich bin versunden. Oh, achso. Das ist ein... Eis an Pistole. Hm. Knallharter Geschmack. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, cool. Äh, so. Da ist noch eine Scherbe. Und dann dürfte eigentlich das Gebiet fertig sein. Können wir schnell zum nächsten gehen. Äh, kurz da schießen. Sehr, schießen. Okay. Scheiße. Soll ich hier hochklettern? Oh, wupp. Okay. So, mal schauen. Äh, oh mein Gott. Ich muss hier noch eben eine einsammeln. Shit. Hier habe ich irgendwann... Ah, nee. Ja. Okay. Kurz zu denen treten. Oder die beide. Oh mein Gott. Ich will mal einen Baum hochlaufen. Okay. Mit dem Neon kann ich mich schön voran bewegen. Das geht flott. Meine Treffsicherheit ist immer noch fragwürdig. Weil nur Probleme. Okay. Das ist dann komplett frei hier. Dann kann ich ja mich direkt... Okay. Ich muss hier kurz eins einsammeln. Also werde ich da eben schnell hinlaufen. Okay. Wo ist das Ding? Uupp. Okay. Direkt auf dem Dach. Cool. Und... Zack. Oh, wir haben einen Upgrade. Endlich. Äh, mal schauen. Was haben wir denn da? Hm. Wow. Acht Scherben. Okay. Achso. Das ist die Staseblase. Stase Blase. Reimt sich ja. Ähm. Ja. Sonst haben wir gar keine Upgrades mehr. Ja, okay. Schade. Okay. Dann kann ich mich ja direkt wieder weiter... Moment. Mal kurz auf die Map gucken. Wohin? Oh, das ist ja direkt in der Nähe. Nice, nice. Oh, was machen die denn hier oben? Na, Kollegen? Ich will euch ja nicht wehtun, aber irgendwie wollt ihr es ja immer. Also... Okay. Okay. Er gibt auf. Schön für ihn. Äh. So. So. 41 Meter. Geht das schon, in der richtigen Richtung zu sein? Ich tippe mal hier unten. Oder nicht? Ähm. Dem Radius ist das. Bestimmt da unten. Depp da unten. So. So. So, mal eben schauen. Okay. Man kann nicht ja, während ich da hinlaufe, könnt ihr dem Typen zuhören. Oh, der Viertelfinalkampf. Aber ich glaub's trotzdem leid sind, weil ja, falls diejenigen, die zuhören wollen, zu dem Audio lockerer zuhören können. Schlagfertiges Symbol. Okay. Alllog vorbei. Und... Oh, das sieht nach einer Space Needle aus. Also, ein Teil davon. Jedenfalls. Äh, es wird... Wow. Mein Gedächtnis ist scheiße. Ich hab schon vergessen, wie das hieß. Ich hab's ja gerade eben sogar vorgelesen. Jetzt hab ich schon vergessen, wie das hieß. Oh mein Gott. Ich bin a lead genius. Okay, was wird das? Ach so. So ein Roboter-Ding. Oder? Irgendwie so, ja. Roboter-artig. Mal schauen. Wie es vollendet aussieht. Wie es vollendet aussieht. Ach so. Ah, okay. Verstehe. Okay, cool. So, dann haben wir, glaub ich, noch da vorne die zwei Scherben... Äh, drei. Ja, drei Scherben sogar. Die sammle ich eben schnell ein. Und ich hoffe, ich verfiel nicht wieder 300 Schüsse. Wow. Ich bin relativ schnell getroffen. Wahnsinn. Oh, da ist sogar ein Wagen von denen. Oh, ernsthaft? Scheiße. Okay, ich will jetzt nicht mit dem nicht kämpfen. Deswegen... Okay, schnell einsammeln. Schnell, 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 schnell. Okay. So, ist die nächste Scherbe. Oh, die ist da. Oh. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Äh, okay. Ich glaub, von hier aus komm ich sogar besser da hin. Nein, 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 nein. Oh. Schieß. Okay. Und. Zack. Oh, da hin ist ja noch eine Scherbe. Okay, dann sind's ja doch vier. Okay, oh, hier komm ich, glaub ich. Obwohl, vielleicht auch. Oh, okay. Rübergekommen. Uh. Okay, kurz hier hochklettern. Toll. Direkt ins Wasser gefallen. Eben hier hochklettern. Äh. Haha, cool. Kurz im... Im Dach festhängen. Ey, mit mal. Okay. Okay, ich glaub, dann sind wir hier. Fertig. Außer im Viertelfinalkampf natürlich. Und ich glaube, das passt wirklich alles in einen Part. Aha, perfekt. Vielleicht ein etwas kürzerer Part, so 15 Minuten. Oder... Kommt drauf an, wie lange jetzt der Finalkampf dauert. Oh, und ich hab meine Kraft ja wieder nicht aufgeladen. Ich schwöre nie. Hm. Hm, hm, hm. Ich muss kurz überlegen. Äh. Vielleicht kurz die Typen da... Ah, nee, die haben einen MG da oben drauf. Scheiße. Nee, lass mal. Dann tue ich mir halt den Kampf für ein paar Minuten eben an. Kaum ich mit. Okay, wo ist das? Oh, hallo. Wie geht's? Okay, kann ich schon mal ein paar Aufladungen haben? Zwei. Ein paar. Okay, mal schauen. Vielleicht kriege ich ja die weiteren fünf dann hier fertig. Ah, jetzt rufen wir ja wieder unsere super tolle Freundin an. Ja, das ist Delson Rowe. Ja, das ist Delson Rowe. Mach dein Wörter. Halt, bitte. Hast du mir nicht? Ich warte. Wow. So, oh mein Gott Nein, fuck Ich will meine Ladung nicht verlieren Okay, nicht verloren, oder? Irgendwie blinkt das Ding Und wenn es blinkt, macht mir Blinkende Sachen machen wir Angst Okay, schon besser Oh, der mit seiner Ha, gefickt Okay, noch zwei Scheiße, wir sind hier Okay, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein Wo ist einer? Da Zack, zack, und Ja, ich hab's Es sind drei Typen Scheiß drauf, fick sie Fick die letzten drei Typen Endgültig Oh, ein schöner Blick Schöner Blick aufs Zettel Wow, ernsthaft? Oh mein Gott, ich dachte, das tötet alle einfach in der Nähe Oh mein Gott Irgendwie bin ich gerade total Enttäuscht Ich dachte, die werden einfach alle tot Nach dem super Move Aber nein Der Cheap meint noch zu leben Und der da hinten auch Ich meine, okay, die können's ja versuchen Aber nicht mit mir Okay Zwei verrückten Spinner überleben die das einfach mal Also hab ich gerade nur einen einzigen mit der Super Combo getroffen Das ist, äh Klasse Irgendwie Okay Okay, da haben wir den Nördlichen Teil Komplett befreit Ausgezeichnet Da können wir ja passend Jetzt einfach mal Da mit anfangen Also Okay, die nächste Also die Ja Lelelelelelelele Die Coles Vermächtnismission Und die füllen ich mir gerade nicht ein Äh, so, warte Ja, ich glaube, ich bin in Richtung Ich bin richtig Richtung Norden war das, glaube ich In der Nähe von der Space Needle Ich bin richtig